Ja, nochmal. Komm. Das gibt's ja nicht. Was ist denn hier los? Einen hab ich. Jetzt noch drei Stück. Nein! Ja, komm, nochmal. Hilft ja nix. Wir brauchen ein bisschen Geld. Das gibt's ja nicht. Ja, das war schon mal ganz gut. Jetzt kommt einen. Einen brauchen wir. Einen. 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 Ja. Ja, ja. Kein Bonus. Dann nochmal. Ich brauch ein bisschen Geld hier. Einen haben wir. Zwei haben wir. Und das gibt's ja nicht. Das spielen wir mit der Verarschen, oder? Nochmal. Komm. Nummer eins. Ja, gut. Viermal. Sehr gut. 100 gewonnen. Yeah, ja. Machen wir gleich nochmal, damit wir ein bisschen Gewinn draus haben. Sehr gut. Ja, wieder viermal. Zack. Ihr verzeiht, ich mach jetzt nochmal. Ich brauch ein bisschen Geld. Mh. Mh. Okay. Kein Bonus. Amix haben wir gewonnen. Okay. Wie viel Geld haben wir? Ich versuch 400 zu kriegen, danach hör ich auch schon auf. Sehr gut. Nein. Nein. Wirf sie. Oh nein. Komm jetzt. Komm schon. Wirf sie. Komm schon. Okay, jetzt zwei weniger. Heißt noch zwei. Oh nein. Hättest du ruhig nochmal klappen können, oder? Wenigstens das. Ja, nochmal. Ist okay. Komm schon. Wirf sie. Ja, bitte. Viermal Niete. Komm schon. Wirf sie. Die Würfel sind doch gezinkt. Ja, gut aber. Guter Wurf, aber nützt nix. Also, noch einmal. Wirf sie. Ist ja schon spannend, mir jetzt beim Würfeln zuzugucken, aber... Ich brauch Geld, ihr verzeiht das. Oh nein. Nein. Wenigstens das. Ja, komm nochmal. Ein. Komm jetzt wenigstens drei Stück. Oh nein. Ja, guter Wurf, guter Wurf nützt mir nix. Ich brauch mal 100. Na komm, wenigstens den vierer Bonus, das wär ja schon was. Oh nein. Jetzt bloß auf jetzt alle drei Nieten. Alle vier meintest ja natürlich. Das gibt's doch nicht. Das Spiel bescheißt mich. Echt jetzt. Oh nein. Das wär das richtig gewesen. Wirf sie. Ich treff nicht. So, okay, mal vier ist schon mal ganz gut. Heißt, ich hab wieviel? Noch nicht genug. Too bad. Einmal noch. Geht das wieder los? Ist klar. Okay, ich versuch mein Glück nicht mehr in diesem Spiel. Das funktioniert wohl nicht mehr so, wie ich das gerne hätte. Verlassen. Ähm. Okay. Ich glaub hier ist doch die Tussi. Die will mir nicht Geld geben. War das nicht die? Wir verschwinden immer wieder Leute. Die Regierung taucht auf, um jemanden zu befragen. Und schwupps, ist er weg. Einfach weg. Das hilft mir jetzt. Nichts. So. Da, zu dir wollen wir. Möchten Sie sich hier ein wenig umziehen? Jawoll, möcht' ich. Möchten Sie handeln? Yes, ich brauch nämlich Munition. Wie viel hab ich denn von diesen Wingsticks noch? Zehn Stück, das reicht. Ich brauch jedenfalls Scharfschutz-Munition. Mehr als das. So. Mhm. Ich brauch mich zu meinem Minigun, so. Nur noch ein bisschen Scharfschutz-Munition mit. So. Genau. Eine Freude mit Ihnen Geschäfte. Ja, finde ich auch. So, wo war denn diese Spielkassinung eigentlich? Das muss auch irgendwo hier gewesen sein. Ich vergiss auch immer die ganzen Sachen, wo ich schon war. Silber Hallo. So. Ich muss da lang. Wer sitzt denn da eigentlich? Na komm, red mit mir. Richtig. Ja. Wenn ich Geld brauche. Moment, ich brauche jetzt Geld. Nein. So dringend ist es nicht. Wann in dieser Kackladen? Nein, ist eigentlich auch egal. So, raus. Auftrag erfüllen und wieder rein. Glückwunsch zum gewonnenen Red. Spring. Während der letzten Ratsversammlung wurde beschlossen, die dringend erforderlichen Stadterweiterungsmaßnahmen weiter fortzusetzen. So. Sehr gut. Das heißt, er hat mir Geld gegeben. Das ist gut. Hallo Freunde. Hab dich hier in der Gegend noch nie gesehen. Würdest du einem verschweifeln? Mann, ey. Ich spiele noch eine Runde Karten. Heute für meine Spielerunde hier, ne? So. Wie nehm ich die nochmal mit? Was muss ich nochmal drücken? Karte hinzufügen. So. Den Hacker nehmen wir auch mit. Den Outrigger nicht. Die Granate explodiert und beschädigt alle gegnerischen Karten im Spiel. Sehr gut. So, ein Panzer ist natürlich auch gut. So, ja. Der ist gut. Die nehmen wir mit. Und noch normalen Soldaten. Das war's. Und Spiel starten. Ja. Ja. Na super. Ja, Angriff. Und sonst. Sehr gut. Ey. Du musst ja nicht eng aufs Fahrzeug. Aha. Stattfahrer. Wieso kann ich auf den schießen? Ich dachte, wir müssen dann immer erst auf den schießen. Verstehe ich nicht. So. Angriff. Ja. Genau. Der greift den an. Perfekt. Oh, wieder. Oh, eine AI-Kranate. Kracke. Aha. Wieso lebt der eigentlich noch? Geht's auch nicht mehr. Du gehst in Deckung. Angriff. Und du greifst den an. Sehr gut. Der ist natürlich sehr stark. Aber was soll's. Ja. Ah, nein. Jetzt hat er auch ein Fahrzeug. Aber du kannst hier direkt angreifen. Das ist schon mal sehr gut. Du gehst in Deckung. Du greifst das Fahrzeug an. Ja, was auch sonst. Und du gehst in Deckung. Okay. Okay. Mein Fahrzeug ist kaputt. So. Angriff. Angriff. So. Oh, und ich geh noch eine neue Karte. Sehr gut. Angriff. Angriff. In Deckung gehen. Leer hat keine Angriffskarte mehr. Und ich hab noch Angriffskarten. Lol. Das Spiel hab ich gewonnen. So. Echt gut gespielt? Ja. Äh. Nein, verlassen. Ich freu mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. So, was willst du von mir? Du hast gerade angesprochen mich. Meine Frau ist krank und ich versuche gerade ein Medikament anzumischen, dass sie heilen kann. Aha. Mir fehlen nur noch frische Nachtdrücke. Du ist auch krank aus. Nachtdrücke. Ich würde im Ödland keine Sekunde überleben. Aber... Aber du siehst aus, als wärst du dazu in der Lage. Na ja. Willst du zu Crazy Joes Zoom fahren? Angeblich soll es dort warten. Vielen Dank, mein Sohn. Ja, ja. Mach ich's von nebenbei noch. Kein Problem. So, wo ist denn mein Auto? Da. Ja. So. Und verlassen. In Südland. Vergesst nicht, die Gegend zu erkunden, denn man weiß nie, was man alles finden kann. Nein, das vergessen wir schon nicht. Niemals nicht. So, fahren wir hin. Da. Dank. Wasit Territorium. Ähm. Schießend auf mich. Einfach wegfahren. Man kann doch geradeaus auf so'n scheiß Fahrzeug zuhalten, ne? Oh, verdammt. Ich sollte hier abhauen, sonst treffen mich noch mehr Raketen. So, ein Arschloch. Dafür mach ich dich fertig. Wo bist du hin? Bist du da hoch? Nein, ich hab's genau gesehen. Ka-ching! So, wieder runter. Was? Manchmal will ich die Lenkung nicht so wie ich das will. Komm ich wohl mit meinem Wagen nicht durch, ja? Na ja, ich hab... Also, das Wasser sieht schon ganz gut aus. Aber ich meine, ich hätte in einem Spiel schon mal ein besseres Wasser gesehen. So. So. Ah, das ist genau so wie die Pflanzen ich gesehen habe. Sehr sumpfig hier alles. So, und jetzt wollen wir das hinfahren. Ich habe keinen Punkt zu laufen, nur weil ich jetzt hier feststecke. Tatsächlich kommt die Wagen nicht mehr raus, das gibt es aber nicht, ne? Wie bin ich denn da reingekommen? Wie hab ich ja meinen Wagen da reingeschickt kriegst? Voll im Turbo, aber nichts passiert. Ich kann doch die Schrecke nicht laufen. Wie kann ich jetzt einen Abschiedswagen rufen? So, wie geht denn das? Bombenauto, Binks, nix. Ich muss dieses Fahrzeug irgendwie rauskriegen. Wie hab ich den hier reingekriegt? Ich bin so ein Depp. Ich speichere mal ganz kurz. Falls ich nämlich jetzt sterben werde, weil ich hier zu Fuß, kann doch nicht zu Fuß diese Strecke laufen. Wollte ich mich verarschen. Zu Fuß bist du der Strecke durchschlagen. Ich versuche mal mein Glück. Kann ich wenigstens mal diese schöne Gegend hier genießen? Ja, das Fahrzeug steckt ja leider falsch. Was soll ich denn machen? Es wird ein langer Weg, ein langer Weg. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hier aufgeregt habe, weil ich so. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hier aufgeregt habe. Das wird ein langer, langer Weg. Ich sag's jetzt schon. Aber beschwert euch nicht. Darum ist Mutant Bash, okay. Alter. Lass mich in Ruhe. Renn, 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 renn in den Berg. Scheiße, da kommt ein Fahrzeug, da kommt ein Fahrzeug. Verdammte Mist. Zwei Fahrzeuge.